hey willkommen bei flat 3 damage wir spielen heute noch mal die 8 edition ja das heißt eine mit der letzten male bei philip daheim danke dafür ich bin damian oder td sehr schön genau dann gehe ich einfach mal durch die mission ich bin nochmal ort weil ich die ganze zeit jetzt in der achten eigentlich durchgehend fast ort gespielt habe und das ist quasi ein schöner abschluss dann vielleicht wird jetzt kommt auch an natürlich wenn die 90 kommt aber drei bataillone erstes bataillon defskull mit zwei shock attack guns grott euler der klassische warlord big killer boss und subpt up shock attack gun dazu gibt es dann 30 grott dreimal ein scrapjet ohne kastenjob und dreimal shock attack dragster mit custom job dass die sich noch mal dass die automatisch springen können genau dann gibt es ein battalion blood access mit einem zauberer der hat gox fist um den jungen zu buffen und eventuell einen anderen warg boss geht das mit über plan ich glaube schon ich kann ja auch alles jumpen lassen also ja genau der hat gox fist und abwehrfeuer ausmachen für blatt access einheiten dann habe ich den kollegen dabei den defkiller jet wartrek dann habe ich in dem blatt in den defskull ist noch der battlewagon mit der boomer drauf das ist das ist eine neue orktan technik die kann man noch nicht erkennen aber das ist der boomer das ist ein 2w6 stärker 8-22 damage glaube ich genau und ja genau 2w6 schuss mit dem neuen track awakening ist das auch gekommen dann zurück zum blottachs jetzt das strike 30 grott ein battlewagon mit 2w mit automatisch sechs aufpralltreffern das heißt wenn er mit vollem leben reinkracht zwölf attacken und der ist der mit 3er rüster und 5er retter big fortress glaube ich heißt es und dann habe ich noch ein evil suns detachment eigentlich nur um den wark boss mit der killer claw eventuell in den nahkampf zu bekommen nochmal einen jump weird boy 30 grotze und ein burner bomber nackig genau ich probiere dann einfach aus gegen 1 er so sehen wir das erste zug ist genau aber es ist einfach dabei und gucken wir was das dreißen wird genau ich spiele heute in pure night das problem genau ist dass ich diese mädlichste erst eine halbe stunde vorher jetzt überhaupt spielen zusammengestellt habe ich dachte mir zum abschluss der 8. edition spiele ich das was ich zum anfang der ersten edition gespielt habe der 8. edition und ich habe jetzt seit anderthalb jahren nicht mehr gespielt wäre das jetzt bald also jetzt einfach nochmal neu probieren im endeffekt besteht das ganze aus bloß einem super heavy detachment ich habe noch nie zusammen die beiden großen als der valian und castellan gespielt deswegen sind sowohl der valian und der castellan in einer liste drin dann ist noch ein knight warden dabei ein armiger halberin und ein wargley genau der knight castellan ist von sich aus ein carry also über die nightlands ein carry und er hat den water trade iron barkberg als das bedeutet er hat einen vierer retter grund genau dann haben wir einen knight rayland kann man noch pushen auf den dreier leider nicht mehr gefuckt worden das ist halt ziemlich bescheuert also es wäre halt geil aber es geht halt nicht mehr genau den knight rayland der ist über einen exalted cord ein carry charakter und der hat landstrider das bedeutet von 6 zoll dürfen alle befreundeten empfehlungseinheiten plus zwei auf vorrücken und plus zwei auf chargewürfel bekommen dann haben wir einen knight warden mit drin mit der avenger gatling natürlich mit endless fury das bedeutet das ist eine relikt gun die über das harem of the house geht genau 14 schuss keine ahnung 6 6 minus 2 2 damage glaube ich und bei allen unmodifizierten würfen von 6 beim hit gibt es zwei treffer anstatt einen ja mal gucken was das ist es gibt drei carries zwei ganze mother knights und ja ich glaube es ist eine frage des ersten zuges so kann ich noch so einen kleinen ausblick machen noch für eure neunte edition was ich mir so erhoffe weil ich gerade so die liste sehe halt also das ist jetzt so eine ziemliche mecherliste mit den orks ich gebe halt damit automatisch big game hunter und reaper so sicher ab und wenn das jetzt mit diesen neuen tp regeln kommt oder sowas kann es halt einfach sein dass man dann halt von diesen 90 grotz 60 vielleicht zu hause lassen kann um noch irgendwie grotz schild oder sowas zu zünden oder irgendwie so ein bisschen sein 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 irgendwas zu screenen aber man braucht halt nicht mehr vielleicht 90 obwohl 90 gott hat auch immer geil sind aber ich weiß nicht vielleicht würde dann ein bisschen mehr varianz da noch mal gehen in so eine mecherliste bot liste irgendwie sowas ich glaube auch das mit den also jetzt so ein paar bots noch drin wäre natürlich auch geil aber irgendwas anderes wird fein egal das war alles was ich noch dazu sagen heute ja ich hoffe mir von dem neunten dass die knights tatsächlich im nahkampf schießen können ich glaube so ein bisschen baneblade style das wäre schon das hätte einfach was ich glaube das ist ein bisschen mechanik durcheinander diese standard cps die momentan angekündigt sind dürften glaube ich auch einiges dazu beitragen wenn man einfach jetzt mit der liste habe ich neun cp von den ich schon zwei vorher ausgegeben was ich habe 7 cp kann kaum spreads zünden das ist ich habe halt 18 cp am anfang und gleich glaube ich acht rausgeballert also ich glaube noch zehn und kommt jetzt darauf an ob ich erster oder zweiter bin dann gehen jetzt auch noch welche dann in den teleport ja ja das wird ein spannender erste ruft ne ja also ja ich bin gespannt ich habe jetzt nur so halb zugehört genau wir spielen momentan die missionen nexus control das bedeutet wir haben vier missionsziel marke ein jeweils außerhalb der aufstellungszone und einer in der eigenen aufstellungszone der damien hat den ersten hier platziert danach kam ich dann kam ich wieder weil der attack hat den eigenen aufstellungszone platziert und genau der andere sind wo die ganzen grätschens sind genau warum ich meine aufstellung so gewählt habe wie es habe weil ich momentan keine ahnung von leid habe aber mir dachte mein wort bis wir nicht mehr wort sondern man wählen hat plus zwei auf vordergrund und schafft es eventuell da hinten rein zu kommen da ich zuerst aufstellen musste weiß ich nicht was er dort stellt deswegen mal gucken ob es tatsächlich funktioniert oder nicht ich muss im endeffekt diese seite ein bisschen absichern um mein missionsziel selbst zu halten wenigstens das holen die ganze zeit zu bekommen und ihnen hier ein bisschen druck zu setzen ob das jetzt die beste variante war ja keine ahnung wird sich im spiel zeigen ja genau dann zu mir ich habe hier noch ein big game hunter recon und engineers zur aufstellung burner bomber ganz an die seite gestellt damit wenn der jetzt gleich platz da nichts passiert hat das ist halt dann so ein kill den ich sowieso gedacht habe dass es passiert halt dann sind hier als screen vorne 20 quältchen drin dann hier versucht so gut zu verstecken wie möglich die den gunwagon die shock jam drag stars genau hier also meistens versucht von der flanke weg zu halten der wird irgendwas sehen können bestimmt aber da muss ich dann auch entscheiden aber vielleicht auf dem battle wagon oder irgendwie grotze oder sowas schießt charaktere immer schön hinter die einheiten gestellt so dass hat die ich gehe davon aus nicht bekommt hier stehen alle engineers drin ich gehe einfach davon aus dass das spiel verloren dass ich einfach drei vier runden lang stehen werde und einfach dadurch engineers durch punkte ich muss jetzt nicht großartig irgendwo hinstellen engineers in welchem einheit noch mal wieder die hellen und die anderen aber die mit kontrast bemalt und einmal die nicht mehr kommt das sind 20 korts hier drin ja okay okay zu uns über deine secondary sprechen ich habe big game hunter überraschenderweise da er ziemlich viele fahrzeuge hat ich behalte enemy lines was riskant ist aber da habe ich die secondaries erst nach der aufstellung gewählt haben zumindest mal nach meiner ausstellung dachte ich mir okay wir probieren das mal und was habe ich noch gewählt keine ahnung BHI nehmen wir als reaper reaper ja aufgrund der krotze und der helden die er hat die den reaper mit rein zählen dürfte das relativ gut machbar sein genau ansonsten werden wir mal sehen was passiert das sind noch die sachen die ich in schock gestellt habe einmal der wattlewagon mit automatischen sechs aufpralltreffern ich hoffe dass die entschocken lassen kann und dann gleich chargen kann vielleicht da hinten und dreimal die megatrack scrapjet 24 zoll reichweite ich auch davon aus dass ich es besser ist wenn ich den droppe kostet mich auch noch mal vier cp dann bin ich jetzt bei sechs runter und der herr großer schock 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 ich habe mich bewegt der helden hat es blieb so oder so eine reichweite von dem flieger von dem bärnerbomber so dass ich mit dem ich wirklich bewegen musste ich habe versucht mit dem grayland zu advancen um näher mit der charge distanz hinzukommen aber leider gottes hat es bloß für 1 zoll gereicht card 3 roll nebenzufolge 3 zoll über meinen wall of trade genau ich habe ich habe den armiger versucht weiter vorzubewegen er hat es trotzdem nicht geschafft in drei weiter zum börnerbomber zu kommen er sieht leider bloß die nase kriegt aber keine reichweite auf die space genau der war und hat es geschafft zur ersten einheit engine sie das sichtlinie und reichweite herzustellen genau der castellan hat es geschafft diesen schock 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 und diesen im endeffekt eine reichweite und sichtlinie zu bekommen lustigerweise ist hier nämlich ein schönes loch nur so mal gucken was passiert das blöde ist dass ich mich dazu überreden lassen habe ein zb schon ausgegeben um den vorken wie wohl zu machen den ich eigentlich jetzt brauche leider ist er nicht in reichweite er kann nicht schießen da vorgelegt ist beziehungsweise mit gewissen waffen und dann müssen wir gucken was jetzt passiert zuerst wird der heroine schießen auf ihn hat man jetzt anderer sicht das wäre jetzt der cp nicht ausgeben würde um treffer zu wiederholen ich kriege nämlich minus 1 auf ihn geben trotzdem raus wie gesagt ist das spiel noch anderthalb jahren eins schauen wir erst mal wie viele schuss er hat er hat vier schuss es hat sich absolut nichts gelohnt drei schuss auszugeben er trifft ihn auf die vier darf aber die misslungen wiederholen sind bis zwei die verbunden mit stärkes ziel auf drei das hat sich absolut nicht lohnt einer mit minus eins und drei schaden flat 1 1 hat er gut das fängt doch schon mal sehr gut an gut er schießt den plasma dezimator auf den shock jam dragster den er sieht die schildbrecher rakete und die vulkan lanse auf den battle wagon und die zwillingsbrecher kanon auf den battle wagon als erstes der plasma dezimator auf den shock jam dragster das sind zwei bis sechs schuss also zwei schuss die nicht drauf die beiden treffen stärke 14 höchstwahrscheinlich auf zwei hier mit minus fünf hast du rechts und der reihe mit sechs schaden ja 3x3 sind 3 4 5 schaden das läuft ja mal wieder komplett beschissen gut dann haben wir auch die schildbrecher rakete und die zwillingsbelagerungsbrecher kanone auf den 2 schuss 2 schuss 2 schuss treffen beide stärke sieben auf widerstand acht ist auf die fünf einer mit minus 1 und b3 schaden mit minus 1 der hat einen 3er rüster 2er weil er in deckung ist steht hier in den der deckung automatisch weil er blattachs ist wenn du weiter als 18 zoll bist ja mach minus 1 also eine 2er immer noch ne ne 3er dann ja überraschend das hat er auch dann hat der kastelein mal absolut nicht gemeint das hätte er ja mal hallo stellst dich die frage hin wie viel worden ansagen stimmt die ich dir angesagt habe ach den hab ich auch angesagt ja stimmt und dann passt mir das zimmer mit zwei bis sechs schuss noch das sind drei sechs sieben mal mit minus drei und einem schaden aber den zwei gehalten sehr gut 1 2 3 4 5 das lief suboptimal ok der warden geht ähm hol ich mir jetzt mein sicheren kill oder nicht du hast noch sieben lebenspunkte ne ja für mich ist es viel zu gefährlich was die tun er sagt sein maschinengewehr auf die an und seine avenger gatling gun hier drauf da er die relikt gun hat sind das 14 schuss die auf die 4 treffen von den sechsen doppelgemann fangen wir den an das läuft ja wieder suboptimal auf den stärke 6 die das scheint hier hätte ich nicht tun sollen es sind leider bloß 3 mit minus 2 und 2 schaden oh fehlt ein lebenspunkt ja gut die maschinenkanone auf die kratze und 2 kratze ich probiere den charge hier rauf ok das müsste meines erachtens ein 11er sein plus 2 wäre ein 9er charge ok kann ich abbefeuern du kannst keine abbefeuern geben aber vielleicht komme ich so wenigstens rein nein natürlich nicht ja gut wenigstens ein los was heute ein bisschen klappt machen wir mal zwei verpacken gegen die kratze 1 siehst du das sind so 3 7 mal bitte mit minus 2 also dass ich ihn weg so ein kratz ja triff dich ok moralwert morali ja ja schau gut dann habe ich wenigstens meinen kill jetzt siehst du es ja aber nicht mehr ja nochmal ein 3 von Morali hier verloren ja jo philipp ja also im endeffekt ich habe bloß einen kill und einen hold gemacht aber meine secondaries habe ich bis jetzt noch nicht erfüllt ähm vor daher mal gucken wie es weiter geht Ende der bewegungsphase ich gehe mal hier die platte durch der ist so ein bisschen zurückgezogen weil ich irgendwie nicht Sinn sehe den nach vorne zu schicken damit er dann einfach einen charge da irgendwie rein bekommt ähm obwohl wenn ich mir jetzt recht überlege wäre das vielleicht ne ist ok so ist jetzt so stehen geblieben stehen geblieben hier meine engineerbasis steht auch paar Grotze sind so nach vorne gelaufen der tut es jetzt nach vorne damit er der jetzt vielleicht das abwehrfeuer ausmachen kann hoffentlich hoffentlich ähm der ist ein bisschen rüber gegangen damit er jetzt hier auch beide naheste sichtlinie ziehen kann der ist jetzt so maximal nach vorne geflogen explodiert gleich hoffentlich zieht der dem also wird ihm dann wahrscheinlich daneben ziehen dann hoffe ich dass hier der einiges an schaden rein macht damit wenn die hier rein chargen in den nahkampf wegschießen und die kollegen hier sollen den ein bisschen anfressen ihn anfressen und hoffen dass die shock attackern ihn dann auch mitnehmen also mein ziel ist jetzt zwei nights rauszunehmen gucken wir mal Ende der bewegungsphase ähm ich gebe ein cp aus damit ich meinen bärnerbombecher in die luft jage innerhalb von 6 Zoll drei mortals wohns das ist er kriegt er drei stück das sind zwei der kill jetzt halt drei mortals ja das war ein bisschen wenig für die Punkte die da drin sind ja aber das neue ist der 10 ist immer lustig ja das habe ich jetzt auch verpeilt dass das ein strategien ist weil das passt mir eigentlich jetzt nicht dass ich diesen cp schon ausgegeben habe weil ich muss jetzt gleich wieder nochmal vier ausgeben dann habe ich nur noch eine genau die phase machen wir das wichtiger als erstes ne dass das abwehrfeuer weg ist auf die 6 du musst fressen alter du hast noch 5 lass es echt jetzt ich muss das machen alter ne 4 ja 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 Ja. Musst du Ball ansagen, ne Ball? Ja, ja, ich baller, glaub ich, jetzt einfach alles in DNA rein. Welche Neid? Ich aktiviere Schild, das war von Klierers. Ja, ich schieße das so rein. Mit beiden? Ja. Ich glaube, beide musst du ansagen. Ja, aber ich wirfe jetzt nacheinander, ich schieße alles in den Däden rein. Okay, Schüsse. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nice, ne? Ähm, ab geht ab. 1, 2. Der Deska Reroll. Ne, zweimal Dacca. Also dreimal. Auf die 5, auf die 4. Deska Reroll. Zweimal. Ja. Zweiter Schuss. Stärke. Nice. Der war schon so, ne? Schüsse. Ja. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Einer, äh, Deska. Dacca Dacca. Deska. Drei Wunden. Vierer Retter. Zwei gehalten. Einer geht durch. Das hätten wir jetzt nacheinander machen müssen, weil jetzt natürlich ich nacheinander würfel und jeweils einen Re-Roll für den Schaden. Das ist sowieso ein Re-Roll. Irrle, Mann. Also den Re-Roll gebe ich dir jetzt für einen sowieso. Vier Schaden. Zwei gehalten. Ah ne, zwei gehalten. Einer plus. Ich hab zwei gehalten. Deswegen ist es nur einer. Aber nichtsdestotrotz war es blöd. Wir hätten das nacheinander machen. Ja, ja. So. Also haben wir noch 20. Ah. Warum hab ich den Grotteuler nicht benutzt? Den was? Ach, den Grotteuler? Oh ja, das stimmt. Ja. Org-Spieler. Ah, das hat weh, das hat weh. Er, alles was er hat in ihm. Ja. Melter. Das sind zwei Schuss, ne? Ja, natürlich. Einer. Deska. Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Wundet. Wundet. Fünfer Abwehrung. Nein. Zwei, vier, sechs. Fünf. Äh, 19. Vier, fünf, sechs Schuss von diesem anderen Ding. Einmal Dakar. Ja. Eine Wunde. Ich glaub, minus nix. Ja. Dann wird's noch diese komische Kralle. Ne. Und ich glaub, das war's. Ja, dann schießt er, alles was er hat da rein. Stärke acht, minus zwei, zwei Schaden. Zwei Schaden vielleicht glaub ich auch. Das ist der Boomer. Das ist der Boomer. Zwei W sechs, Stärke acht, minus zwei, zwei Schaden. Und dann auch zweimal schießen. Das heißt, ich würfel jetzt gleich mal vier W sechs Schaden. Äh, vier W sechs Schüsse. Wuuu. Ja. Also das sind sieben und das sind fünf. Ach, W sechs, stimmt ja. Ah, fuck. Ein, zwei, drei, vier, fünf Schuss. Weil ich jetzt jeweils einen Reroll hab. Deska Reroll. Zweimal Dakar Dakar. Ja, drei. Ähm, drei. Dreimal. Dreimal beim ersten. Beim zweiten sind sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, der war gut. Äh, Dakar Dakar, eins. Zweimal. Zwei Sechsers, ne? Zweimal. Deska Reroll. Na. Und... Stärke acht auf die vier, ne? Oh, das hätte ich jetzt auch. Der erste Wunder. Einer mit Deska Reroll. Zwei Wunden. Und der zweite. Eins, zwei, drei. Dreimal. Auf die... Minus zwei, ne? Minus zwei. Also auf die fünf. Auf die fünf. Auf die fünf der Retter. Ist ja irrelevant. Einer bloß gehalten. Das sind acht Schaden. Das heißt, ich bin noch bei elf. Er schießt einfach alles erstmal einmal in ihn rein. Ja. Das sind ja alles Schockchip. Schockchip. Ja, genau. Also... Bazooka. Ja. Trifft nicht. Zweimal das sehr gute Schuss. Auf die vier. Nein. Deska Reroll. Ein Treffer. Wundet nicht. Deska Reroll. Wundet nicht. Nice. Der zweite macht das auch. Eine Bazooka da rein. Nein. Trifft nicht. Nein. Und... Zweischuss. Deska Reroll. Ein Treffer... Eine Wunde. Mit minus drei. Mit minus drei ist auf dem Fünfer. Hab ich nicht. W6. Ah, W6. Einer. Deska Reroll. Zwei. Der letzte... Ähm... Ja, auch nochmal in ihn rein. Ja. Bazooka. Nein. Ähm... Die zwei Schuss. Beide Treffen. Beide Wunden. Ah, ich kann doch mal jetzt immer einer halten. Der erste. Drei. Der zweite. Drei. Den reroll ich. Auf sechs. Neun. Ja, dann für einen. Jetzt schießt der letzte Gang in ihn hier rein. Ja. Stärke. Drei. Drei Schüsse. Für einen. Nice Boy. Nice. Deska Reroll. Vorbei. Stabil. Ich greife meinen Grotz als erstes an. Mit welchen? Mit dem blauen. Mit dem blauen Grotz zuerst. Okay. Machen wir. Ohne reroll. Gucken wir mal. Scheiße. Fünf sind komplett. Ja. Guck genau raus. Die Grotz sind weg. Ich krieg da Killmore, ne? Der macht mehr Punkte als ich jetzt. 4 zu 6, ne? Wenn ich das richtig lese. Ähm. Kill, hold, kill, more. Kill, hold bei mir. Ich hab's ein bisschen verschissen mit dem Holdmore. Weil ich dachte, ich kann wenigstens mit einem Auto da irgendwie reinchargen. Den einen Lebenspunkt wegnehmen. Und dann hab ich das Killmore. War dumm. Ähm. Er hat einen Big Game Hunter. Wie hast du einen Big Game Hunter? Durch den Flieger. Ähm. Reaper. Der haben wir dann später. Behind Animal is noch nicht. Ich hab das Big Game Hunter schon fast voll. Recon jetzt einmal. Ähm. Gucken wir mal, wie jetzt der Gegenschlag hat. Also Runde 2. Bewegung. Ähm. Der Castellan stellt sich auf das Missionsziel. Um eventuell Holdmore zu scoren. Was ich glaube, was ich nicht kriege. Weil einfach ziemlich viel aus dem Jump kommt. Ähm. Oder die aus dem Jump kommt. Ähm. Die Glaive ist hier vorgerückt. Mal gucken, was sie macht. Eventuell schießt sie einen Weg und charge was. Wär geil. Ist aber nicht sicher. Ähm. Ja. Dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube leider nicht so viel wie gedacht. Weil das hab ich hier echt verkackt. Oh, oh, oh. Ich glaube, da wird was passieren. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Zuerst schießt sie mit dem Thermalsperr. Leider nur W3 Schuss. Und es werden 2 Schuss. Die auf die 3 treffen. So zum Kotzen. Und mit Stärke 8 auf die 2 verbunden. Ja. Gerade so. Minus 4. Vierer Retter. Was? Hier klappt. Ach scheiße. Ja klar. Okay, gut. Dann ist es eh vorbei. Dann die 3 Maschinengewehr hinterher. So weit hätte man denken müssen. Einer mit nichts. Hat er. Überraschung. Gut. Passiert ja vorne. Okay. Er schießt zuerst komplett in den Jute rein. In der der Deckung ist oder was? Ja. Weil er kriegt keine Deckung. Nee, kriegt keine Deckung. Aber der, ja. Genau. Erstmal die 2 W3 Schuss. Das sind 4 Schuss. Ja. Die jetzt aber leider mit einem Lebenspunkt noch auf die 5 treffen. Das sind 2 mal. Das sind trotzdem 2 mal. Stärke 7 auf die 3. Eine. Minus. Minus 1 leider bloß. Fünfer hat er. Ja natürlich. Oh. Ich hätte es lieber bei der Schocker Zettgang gehabt. Er. Schießt. Er ist? Er ist der Castellan. Es sind plus in 1. Scheiße. Die Vulkanlanze und die Zwillingsbrecher Belagerungskanon. haben. Reichweite genug. Reichweite genug. Reichweite genug. 58 Zoll. Und 80 Zoll. Ja. Lass uns letztes Mal so eine Schüttbecherrakete gehen in den Battleberg in der Hände rein. Zwillingsmelder kommt leider nichts voran. Gut. Dann schauen wir mal was passiert. Die Vulkanlanze und die Zwillingsbrecher Kanonen hier rein. Wir fangen mit den Zwillingsbrecher Kanonen an. 2 bis 3 Schuss. Jetzt ist wieder ein Traum was ich hier würfle auf die 3. 2 mal. Stärke 7 auf die 3. Nein. Ich hasse es. Den Vulkanlanze da rein. W6 Schuss. Trimmt sie wenigstens? Nein sie trimmt auch nicht. Damit war es das Ausschlag wieder. Schildbrächer hier. Blasmatitzi mal. Ich krieg die Krise. Blasmatitzi mal rein. 2 W6 Schuss. 3 Schuss. Trimmt auch nur eine. Stärke 7. Nichts. Gut. Und die Schildbrächerrakete. Die trifft immer hin. Und verwundet auch. Stärke 10. Minus 4. W6. 3er Rüster, Rütter. Er 5er Rütter. Na klar. übrig der worten schießt in den eingetreten und zwar alles die sechsen doppelte hits bestärkte selbst wieder stein selbst glaube ich so das sind vier 11 mal auf die 6 alternativen werde ich jetzt versuchen da kommst du nicht daran ich glaube zwei wunden mit stärke er keine ahnung 1 2 3 4 5 6 schuss dacca ja ich glaube minus nichts und dann diese kralle ok also wie viel brauchst du geht mindestens eine 8 zu ihm was wir da hinten brauchen müssen wir dann messen aber ich glaube ich komm nicht mehr auf eine 8 also von daher werden wir mal gucken was rauskommt da kann es beide dann machen ja aber klären ja nicht beide der warden greift die beiden shocktime tractors an der der im geräne steht bazooka trifft dacca dacca ne ob sie wundet ja zweimal die andere waffe ne da mach ich einen devskar reroll sonst krieg ich einen mortal wund ne also eine mal eine bazooka mit minus 2 ist das oder mit minus 3 ist egal weil ich auf dem fernfach ja natürlich überraschend 3 rein wie geht 3 ja dann die andere bazooka ne die anderen zwei schuss devskar reroll ne dacca dacca ne und wundet minus 3 b6 der verkackt ist jetzt wahrscheinlich 3 3 die brauchst du noch 2 ja okay das müsste klappen lucky you aber ja 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 gut der helverin gibt ihn da rein kommt rein wir hätten nur noch ein Leben ne wir hätten nur noch ein Leben hier gut so ähm dann schlägt der helverin zuerst du kannst dich nicht mehr welcher helverin helverin wer da ähm schlägt dir erst zu ähm er hat nur 4 attacken die auf die 3 ne die auf die 5 und 3 fällen da er nur noch einen Lebenspunkt hat ja den warden wie toll hat er auch 2 auf den 2 auf den mit stärke 12 auf die 3 verwunden ja minus 3 ähm minus 3 ich glaube der hat einen 4er also dann glaube ich nichts mehr ja ich glaube ich werde jetzt echt zurückgeschlagen wenn du bis 3 schaden blick machst nice ich fang hier an ja mach ähm das eine auto auf den letzten Lebenspunkt von dem Typen überraschenderweise das sind 4 attacken ja ähm treffen gleich auf die 4 mit Deskabriorl treffen 3 stück ähm einfach mal ähm eine darf ich rollen äh Stärke plus 1 6 ne dann nix schade dann der andere in den Knight rein äh Deskabriorl alle stärker sagt auch die 5 einer Deskabriorl einer mit minus 1 ja hat er mehr gemacht als den 1 einschaden 10 noch 10 noch dann der Boy 1,2,3,4,5 attacken hat der glaube ich ja ja ähm der wiederholt der darf die Rundungswerte wiederholen Stärke 7 hat er nur nix ne ja ich weiß nicht welche Stärke er hat 7 und der hat Widerstand 8 hast du gesagt ja Widerstand 7 haben die achso ja dann 2 Runden eine mit minus 2 ja mit minus 2 immer eine ja b3 für 2 18 so Ende Runde 2 für die Imperial Knights wir haben einen Kill bei Philipp einen Hold und noch einen Punkt beim Big Game Hunter also Ende der Movement Phase ähm hab mich hier aus dem Nachkampf gelöst hab hier meine ähm Scrap Jets runtergeballert damit viele Schuss eventuell den einen Havarine hier weg rausballern ganz viele Bazookas den Knight ankratzen die ähm der Boomer den Knight ankratzen eventuell den Shot Attack Gun auch nochmal reinschießen müssen wir dann gucken oder eventuell hier rein kann auch anders wie es aussieht den Havarine versuche ich jetzt dann hier mit dem Warkboss rauszufinden hier ist auch nochmal der Battle Wagon mit den automatischen 6 ähm 6 Attacken rausgeploppt halt vielleicht kriegt er den 9 Zoll Charge hin das ist echt das schlechte an diesem Battle Wagon ist dass die dieses Yo We Go nicht haben ohne die 2 CP wird das echt risky risk und das ist super hungrig alles jetzt hab ich versucht hier so ein bisschen Move zu blocken mal schauen ob das irgendwie was bringt ansonsten wenn er nicht irgendwie lang geht komme ich schnell an den Marker ran Primärziel ist jetzt erstmal den rauszunehmen der muss ich dann eventuell hinten erstmal um die 2 kümmern und dann habe ich genug Zeit um ihn dann wegzuschießen so ist der Masterplan sieht eigentlich recht gut aus ich glaube wenn ich es jetzt nicht krass verwürfel sieht es gut aus Abwehrfeuer aus von ihm auf den ähm großen Barben auf die 6 jawoll Abwehrfeuer ist aus dann jump ich nochmal die ähm Grotia ähm jo eine auf die Macke und die andere da hinten ja ähm ja ich mach einfach ein Smite glaube ich weil ich für Gauksfist glaube ich brauche ich eine Sichtlinie auf den Charakter ähm kommt B3 einer 9 so dann schießen wir ähm fangen wir mit dem ersten Strapfett an 12 Schuss in den welcher? 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 der weiße der weiße der weiße Spurge hat in den Halberin seine ähm 12 Schuss und der Rest in den 9 rein 1,2 mal Dacca 3 mal Dacca und trifft auch die 4 ne? jup das ist auch ein Dacca ein Dacca nur? ne 3 Dacca achso 3 Dacca, noch ein nice brauche nicht mal Dacca ähm wundet auf die 5 1,2,3,4,5 mal er ist tot nein minus nichts minus nichts ja das ist ja gar nicht ähm eine Bazooka da rein ne ähm dann 2 W3 Schuss 3,4 ähm ein Treffer eine Wunde mit? minus 2 ist das äh auf den 4 Retter nein, überraschenderweise nicht 3 nicht 3 nicht hat er noch 25 da haben wir das gleiche Spiel nochmal mit dem anderen wieder in den Halberin ran 1,2,3,4 mal Dacca 1,2,3,4 mal Dacca tack, tack auf die 5 1,2,3 mal ja, keine Sorge wie 1 oder 2 dabei sein Also zuerst mal ein Worm, eine, das heißt jetzt plus und bei neun und der da, drei, nice, fünf runter, korrekt, erstes Kill, dann der letzte, alles was er hat in den Gut da rein, keine sechs diesmal, auf die fünf, eine Runde, drei, naja, ich war das aber jetzt nicht, 24, ah, jetzt hab ich noch die anderen Schuss von dem vergessen, ja, mach nur mit, jetzt erstmal die, ich mach jetzt den einen fertig, Bazooka, trifft nicht, Death Discovery Roll, trifft nicht, zwei W3, 1, 2, 3, 3, 3 mal Daka, 2 mal zwei Hits, das ist natürlich super, 1, auf die vier, 1, 2, 3, Death Discovery Roll, 3 mal, mit, minus 2, auf die vier, tja, wursch, 6 Schaden, ja, 18, der nächste, also den, den ich gerade vergessen habe, Bazooka, trifft, wundert nicht, Death Discovery, wundert nicht, 2 W3, 3, 3, 4, 5, ähm, zweimal, ne, zwei Wunden, Death Star, ah, den hatte ich gerade eben, so, das waren die ganzen Balls, schießt er hier rein, ähm, der erste, ich mach jetzt mal nacheinander, wie es richtig ist, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ähm, Death Star, eine Treffer nur, eine Wunde, eine Wunde, mit minus 2, 4, 2, 6, 3 Schuss nur, ui, Death Star, Daka, zweimal, eine Wunde, Death Star, 2 Wunden, auf die vier, dann, vier, dann, vier, dann, vier, dann, der, der sich bewegt hat, schießt er hoch, Stärke, ne, Schocker, Tektan, Stärke 10, Schüsse, ne, Stärke, ab 11 geht's, oder? Ja, ab 11 geht's, oder? Ja, ab 11, die Morde, von uns her, ähm, 5 Schuss, 1, 2, 3, 4, 5, nur auf die 6, weil er sich bewegt hat, ähm, ja, boah, das ist so nice, ja, Death Star, nee, äh, Daka, Daka, nee, und ob er Wundet, auf die 3, jup, so, da brauche ich bloß ein 4er, es gibt kein 4er, überraschung, D6, für 5, oh, jup, hat er 13 noch, 9 hat er noch, Ja, dann, 9, und dann schieße ich, jetzt bin ich richtig gierig, ich denke, ich kriege diese 9 Lebenspunkte im Nacken weg, Was? Ja, und schieße mit dem, auf den da hinten, also wir haben, der Schocker Daken, der, der Rieger Daken hat, Schüsse, für 5, 1, 2, 3, 4, 5, nicht so gut, ähm, Nada, Deskal, Ah, nee, Quatsch, das ist ja schon Death Star, ja, ja, ähm, Wundet auf die, Stärke 7, auf die 4, einmal Deskal, einmal, das war, das war gierig, das war zu gierig, ja, 5er Retter, ne, ja, überraschung, 4, 6, wiederhole ich, 4, 4, ja, natürlich, ich hätte es lieber da rüber schießen wollen, Und jetzt wird getauscht, hier rein, 9, 7, also er kann hier hin, der hat ja kein Abwehrfeuer hat, gegen, ähm, Blattachseinheiten, deswegen toucht er jetzt als erstes da rein, wie brauchst du? 9, weil sonst funktioniert alles nicht, 7, nice, der ist gut im Abwehrfeuer auch, oder? Oder nicht so, nicht so schlimm wie der andere? Okay, ich probiere jetzt erstmal mit dem ersten, du da rein, der, der hier, so, Plasmadezimator an, überlade ich bei 9 Lebenspunkten, ja, ich überlade bei dem, äh, ein Schuss, Achso, ich dachte, ein Treffer, ein, äh, Dinger, nein, das werden jetzt mit sogar 3 Lebenspunkten, die ich verliere, echt? Ui, ja, keiner, okay, gut, schön wäre es mit Daka Daka, ne? Stärke 8, auf die 3, das sind 2 mal, die minus 3 und 2 Schaden, ja, 4 durch, dann, ähm, Schild especially Rackete, Neen, ähm, Vulkanlanze W6 Schuss, Oh, ich habe es auch schon gesehen, na ja, coups, los, ohhh, einer, o.k., ähm, Stärke 10, NEIN, NO, nooo, es gibt's, es gibt aber, ja, es gibt um, ich muss nur an die F insecurity, Ich hätte es verdient, das stimmt, ich hätte es verdient dann 10исi Lagere liksom Kanone, äääh, 3, 4, 5 oder, äh, der drei, 3, Dann, Ach Gott, da kommen die Sechsers, Alter. Jetzt auf einmal, ey. So, Stärke 7, Widerschaft 6, ne? Auf die 3. Ach komm, Philipp, das ist mit dir. Jetzt nervt es mich auch schon langsamer. Gut, dann haben wir noch 4 Zwillingsmelder, die hinterher kommen. 4 Zwillingsmelder, da treffen wir auch 2, Alter. Wow. Aber die gewohnt nicht. Doch, beide mit minus 4. Sechser. Ja, dann haben wir 2. Ja. Oh Gott, jetzt platzt er. Der erste, der erste. Der erste, der erste. 4? Schon weg. Der hat schon 4 kassiert, der erste platzt er. Ob er explodiert? Ne. Der ist weg. Nein, nicht der, der mittler ist weg. Der ist der schlechteste Umbau. Ja, mit dem nächsten, ich geh mit einem rein. Okay, dann. Ich fang anders an. Erstmal Zwillingsmelder. Oh Gott, ist das dumm halt. Das ist richtig. Oh Gott. Minus 4. Ja. Sechser. Ne. Oh, Mann. Ich sech. Zwillingsmelder ist welche Kanone. 2 W3 Schuss, das sind 3. Oh Gott, das riecht es nicht. Oh. Mal gucken, vielleicht ist es schon. Oh, minus 1 bloß und W3 schon. Hotter. Harter. Harter. Schade. Vulkanlanter. So doof bin ich denn. 4 Schuss. Oh. Gar kommen wir in die Kappe. Jetzt, jetzt, jetzt. Nicht die 2. Oh nein. Das ist eine scheiß Vulkanlanter. Gut, lassen wir die zimaten. Überladen. 5. Keine 1, aber auch keine 6 Gute. Dann kannst du es probieren. Boah. Schlimmer, schlimmer als die echte Schusspause, Mann. Hier we go, ja, ja. Die 4 ist immer so behindert. Ja. Oh. Hat sie mich? Gut. Nee, das andere macht nicht. Der andere geht nicht rein. Der geht nicht allein. Alleine macht er nichts halt. Ich glaube, er hat das schon angesagt. Boah, war das dumm halt. Ich dachte auch, dass das schon angesagt hat. Ja, ich hoffe, dass jemand hat das schon angesagt hat. Ja, ich hoffe, dass jemand hat das schon angesagt hat. Das war richtig. Lassen wir mal den Spaß weg. Das war richtig, richtig dumm. Ja. Okay, komm. Ja. Hier, ne? Na komm. Nein. Komm, lass mich gleich noch rein. Nein, 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 nein. Okay. 1, 2, 3, 4. 5 Attacken mit Biggest Boss. Also fair? Ja. Okay. Mhm. Dann trifft die da. Die da wiederholen. Ähm. Mir stand 8, ne? Nein. 7. Dann. Also, das waren doch 4, weil Stärke 14. So, aber die 2 für 100. Okay, äh, minus 3. Ah! 6. Ja. Ja, keine. Wie gut. Down. Aber Platz. Platz! Nein, natürlich nicht. Gut. 3. Jo. Ähm. Das war's. Ähm. Nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Das war zu gierig hier. Und dann, ähm. Warum schaden? Duft zu taten. Okay, jetzt steht 8 für die Imperial Knights zu 13. Big Game Hunter hat Damian voll gemacht. Free Coin hat er doppelt gemacht, diese Runde. Er schießt hier 1 Punkt. Und Damian kriegt Hold More. Jetzt Runde 3. Ach so, aber der hat auch so einen Big Game Hunter nochmal extra gemacht. Durch das Auto und so. Ah ja. Ja, stimmt. Sorry. Alles gut. Dann wieder zum 9. Zum 13. Ja, wir hätten die Lines war kacke. Ja, nice. Also, wir beginnen der dritten Runde. Wahrscheinlich meine letzte Runde. Höchstwahrscheinlich. Ähm. Ähm. Der Warden ist ein bisschen näher an den Schocktrail-Dragster zu gehen. Also wir fragen, was wir dort verpeilt haben. Ähm. Dann ist er ein bisschen mehr aufs Missionsziel gegangen und den Charge-Ziel ein bisschen zu minimieren. Aber sind wir ja realistisch, viel werde ich eh nicht mehr machen können. Hier haben wir vergessen zu intervenieren. Genau. Ähm. Ähm. Der Warden schießt auf den Schocktrail-Dragster. Das Treffen davon. Der mit 5. Wenn es Punkte trifft. Ja. Das Treffen von 14 Schuss. 4. Die 6 macht doppelte Hits. Das heißt, wir sind bei 5 Schuss, die überhaupt treffen. 14. Ähm. Verwunden tun davon 3. Mit Minus 2. Mit Minus 2. Mit Minus 2 Schaden flat. Jupp. Und dann haben wir die Minus 4 weg. Bleibt noch einer? Ja. Die Maschinengewehr kommen hinterher. Treffen auf die 4. Stärke 4 auf die 5. Nichts. Überraschung. Ähm. Der Kastellan schießt. Der Kastellan schießt. Der Kastellan schießt. Pasmatizimator. Und die letzte Schildbrecher-Rakete auf den ganz linken Scrapchat. Die Vulkanlanse. Die Zwillingsbelagerungsbrecher auf den. Und die Zwillingsmelder auf den. So. Wir fangen aber rückwärts an. Die Zwillingsmelder gehen auf ihn. Der Kastellan schießt nochmal mit 9 Lebenspunkten. Mal 2 und 18. Auf die 3. Natürlich treffen die 2 Zwillingsmelder nicht. Überraschung. Stärke 8 auf die 4. Natürlich nur einer. Auf welcher? Auf dem Bad Ragon. Auf dem Bad Ragon. Wuuuh. Der hat nichts. Ja, gut. Super. Es sind 4 Schaden. Du bekommst. Toll. Ja. Wache. Äh. Die Vulkanlanse. Auf den nach. Ey, was heißt, du bist salty. Nein. Du bist gar nicht toll. Sechs Schuss, Alter. Du bist gar nicht voll. Hey, das erste Mal, dass die Vulkanlanse was macht. So. Auf die 3. Ja. 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 Gut. Wir schauen mal, ob der eine. Oh mein Gott, Alter. Ob die eine Wunde, äh, ob der eine Rät was vermundet. Und? Wow, die vermundet. Der Minus 4. Auf. Das ist jetzt aber auf so ein Auto. Auf den da. Auf den da. Auf den da. Ja. Ja. Ja, aber so weit wegläuft für die ganzen Sachen. Gut. Dann bleibt noch die Schildbrecherrakete. Die letzte. Dann war's das auch. Ähm, auf den da hinten. Trifft. Stärke Minus, äh, Stärke 10. Verwundet sogar. Also jetzt ist der Schusspasser los. Geht durch. Wie ist Sechs? Sechs. Für den letzten da? Ja. Er hat noch 3. Er hat noch 3. Und dann kommt man in den Ausradizipalto. Überladen rein. Da angesagt. Ähm, das sind 10 Schuss. Auf jeden ist der? Auch auf den. Auch auf den. Aber jetzt machst du noch 2 Nights. Aber überladen. Und das sind 1, 2 Tötige. Das heißt, wir brauchen noch mal 7. Oder ist noch mal 1 Nights? Ne. Ja. Doch, ne? Was soll's noch machen? Ähm, Stärke 8. Auf die 3. Das sind 3 mal Minus 3. Und 2 Schaden. Jo, durch. Und der ist auch weg. Das war ein schnelles Intermezzo von dem Boss. Gut, ich greif den und die Gretscherns an. Die Gretscherns haben alle Nails bekommen. Ja. 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 Gut. 2 Treffen jetzt. Stärke 8. Auf die 4 leider. Ja. Da fehlt ja auch die Gretscherns rausnehmen sollen. Ja. Wahrscheinlich hätte die Gretscherns rausnehmen sollen. Das sind 5. 2, 3, 4, 5 Minus. 2, 3, 4, 5 Minus. 2. 6. Ja. 2 gehalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hat er jetzt insgesamt 10 Schaden bekommen. Hat er jetzt noch 8. Ja. So. Bist du ein schlechterer Bracket jetzt? Ähm, ja. Okay. Das heißt, er macht nicht mehr B6, sondern... Aber ich mach jetzt nur noch B6 Attacken. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Auch noch 2. Bum, bum, bum. Schade. Mata. Schlecht. Ende Runde 3 Philipp. Ende Runde 3 Philipp. Genau. Wenn du das so anhängst, dann ist das wirklich. 1 Kill und 1 Big Game Hunter. Und da es gerade jetzt halt schon so zu den Endzügen ist halt, ähm, und das Spiel jetzt noch schnell so runtergespielt wird, hier raus. Das ist einfach stehen geblieben. Die waren ja gar nicht drin. Die waren gar nicht drin, aber so ein bisschen Abstand gehalten. Auch damit ich, ähm, wenn ich es jetzt hier richtig gemacht habe, stehen die hier drüben. So, hier aus dem Nahkampf raus. Jetzt wird ganz viel da drauf geschossen. Wenn er noch irgendwie stehen bleibt, geht es in den Nahkampf rein. Ähm, und der schießt jetzt einmal da rüber. Mit den zwei, ähm, Boys da noch im Weg. Wenn du mitkommst. Hängst du auch mit dem an, oder? Bitte? Hängst du auch mit dem an. Ich fahr mit dem an, halt jetzt. Ich fahr mit dem an. Darüber. Ähm, Stärke. Zwölf. Yeah. Baut er gut. Schüsse. Zwölf. Vier. Nur auf die Sechs. Er hat sich bewegt. Uh. Ja. Nada. Ähm, Death Guard und ich opfer dir mal einem Munigrod. Geht das, ne? Ja. Für nichts. Korrekt. Stärke zwölf. Einfach mal so. Wegen Flex halt. Einfach mal gemacht. Weil ich es kann. Dann, die zweite Schock Attacker. In ihn dran. Stärke. Sechs. Schüssel. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, das ist schlecht. Hey, das ist das Ergebnis, wie ich in der ersten Runde. Ähm, mach ich auch beides. Opfer ich beides. Ja. Ein Daka Daka. Ne, ein Treffer. Ne, Death Guard. Ne. Das spare ich mir jetzt nicht. Er schieß jetzt halt alles, was er da hat. Die ersten zwei, vier, sechs. Vier Schuss nur. So richtig hat der mich nicht überzeugt heute. Ne, ich bin jetzt auch nicht so. Death Skull. Daka Daka. Naja, gut. Eins, zwei, drei. Jetzt, wenn man nicht schlecht redet, hat man auch vier schon. Vier. Vier Schaden. Zwei, vier. Drei noch. Dann nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gleiches Spiel nochmal. Zweimal Daka. Death Skull. Ne, Daka. Einer noch. Und Wundet. Einmal Death Skull. Einer. Ja. Da war doch schon. Ein Lebenspunkt noch. So, jetzt da. Der Spaß hier. Äh, der erste. Bazooka. Trifft nicht. Die zwei guten Schuss. Eine trifft. Death Skull Reroll. Eine Mortal Wund für dich. Daka Daka. Ja. Drei Wunden. Äh, drei Dingers. Zwei Wunden. Death Skull. Dreimal. Minus drei. Der erste. Der zweite. Ja, tot. Explode. Du. Nein. So, und ihr seid natürlich geschafft, den mit einem Leben stehen zu lassen. Abwehrfeuer. Ja. Los, komm. Der zuerst. Los. Team. Oh nee. Ich hab noch irgendwas lustiges gemacht. Nee, natürlich nicht halt. Ich hab's schon lustig gemacht, indem ich drei Autos geopfert hab beim Abwehrfeuermann. Also, im Abwehrfeuer ist ein Gross gestorben, haben jetzt den Charge geschafft. Jetzt kann ich mit den zwei Battlewagons und dem Dude hier einen angreifen. Ja. Mach ich jetzt auch. Also die Grotz sind drin. Der erste. Kommt ran. Der zweite. Kommt ran. Und der Strike. Kommt auch ran. Bing. Bing. Bong. Ich würfel mit dem. Nee, mit dem. Weil der hat die, jetzt hat B6 Attacken. Plus 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trifft alles. Einer nur. 2. Auf die 5. Bang. Warte, 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 warte. Explode. Ach so. Explode. Nein. Ansonsten mach ich jetzt halt hier noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ähm. Das mach ich auch noch voll. Das heißt, das Spiel endet 20 zu 11 und ich mach dann jetzt nochmal 3, 6, 9, 10 Punkte zusätzlich. Also das ist am Schluss ein 30 zu 11. Ja, das ist korrekt. Ähm. Ja, was ist zu sagen? Also wie gesagt, das Beste von meiner Armee waren heute deine Würfelwürfel. So. Also ist egal, was ich da sehe. Ja, aber ich meine, dass das passieren kann, ist aber so klar. Ich glaube, mein Fehler war, dass ich den ersten Zug genommen habe. Ähm. Ich glaube, bei einer ähnlichen Aufstellung, da hast du zumindest schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, wenn du Selbstverteidiger bist. Ähm. Ich hätte mich einfach komplett verstecken können, hätte warten können, dass du vorkommst und hätte viel, viel mehr geschafft. Auch beim Raylan hätte er die erste Runde geschossen und überhaupt mal geschossen. Das konnte er jetzt halt nicht. Ähm. Also natürlich relativ viel an dem, wie ich gespielt habe. Ähm. Die Würfel haben es jetzt nicht besser gemacht. Ähm. Aber ja. Äh. Du hast nur schlecht gewürfelt. Ich habe nicht mal Kraft gewürfelt. Ja, das stimmt. Ja, aber Malte. Ja. Don't blame the dice, ne? Genau. Don't blame the dice. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist schon tough. Ja. Also egal, was ich gemacht habe, hat alles funktioniert. Ja. So. Ja, mehr und mehr. Also bis auf Abwehrfeuer ausstellen. Ja gut, aber dann hätte ich auch einfach nicht chargen müssen. So. Ja. Wenn ich weiß, dass da so fette Flamer kommen. Aber nee, muss nicht sein. Ähm. Ja, dann wird man halt auch ein bisschen übermütig, ne? Wenn man so, äh ja, das ist sowieso schon gelaufen. Ist egal, was ich mache. Es läuft halt so. Und dann verheizt. Also die drei Scrap Chaps habe ich einfach voll dumm. Voll dumm. Schade, dass du im letzten nicht angegriffen hast. Ich hätte es gerne gesehen. Nee, da habe ich dann irgendwann war dann so diese Alarm drauf. Don't do it. Fuck don't. Das ist so wie erste Runde 30 Boys vorne Gunline schocken und chargen halt. Ja. Also ich sage so, die Knights waren am Anfang der achten gut. Ähm, sind zum Ende der achten nicht gut. Ja. Das sieht aus meinem Gameplay, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es zumindest in Pure Knight nicht so gut in diesem Match-Up sieht. Ja? Ich dachte am Anfang, dass auch die erste Runde ankommt. So wie es aussieht, kam es nicht drauf an. Ja? Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt wirklich viel besser gewürfelt hätte oder schistisch gewürfelt hätte, dass ich die erste Runde... Ist das noch zu schwierig geworden? Ist ja schwieriger geworden, ja. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, dass es kacke ist. Knights. Ähm, das hat aber allgemein auch nicht so brillant spielbar sind momentan. Ja, das ist aber auch halt, wenn du halt Pure Knight spielst, zu wenig Board-Control, zu wenig irgendwie was screenen kann oder irgendwie was... Geh auf jeden Fall um die Command-Points, ja. Du fängst mit den Command-Points an, die weg sind. Mal davon abgesehen, dass ich schon die ersten komplett verschleitet habe in der ersten Runde. Ähm, sind genau das, was man sich immer vornimmt nicht zu machen, was man dann doch macht, ne, aber keine Ahnung. Von dem aus kann ich halt noch sagen, dass ziemlich geil ist dieser Blood-Ax, ähm, Abwehrfeuer aus Schamane halt ohne, ähm, Reichweite einfach sagen, der schießt nicht auf Blood-Ax-Einheiten. Das ist eigentlich diese ganze Kombo, weswegen diese Battle-Wagons da mit dabei habt. Ja. Und das Strike, weil es notfalls auch mal so 20 Zoll nach vorne ballert und dann chargen kann und dann ohne Abwehrfeuer. Ist eigentlich eine coole Sache. Ähm. Ich würd's gerne mal gegen Crayna erzählen, das würde mich echt mal interessieren. Und das Geile ist halt auch, du schließt auch noch zuletzt zu, ne? Also ich glaub sogar, du kannst ja nicht so richtig intervenieren dagegen, gegen dieses Blood-Ax, ähm, Zauber. Ja. Ja, ja, ja. Weil du immer als Letzter bist. Ähm. Aber du musst ja halt sehen, das ist halt das Geile dran. Für den Zauber? Ja. Ja, ja, musst du sehen halt, ja. Aber ist halt... Ja, also klar. Also notfalls jump ich ihn irgendwo hin, damit er das sehen kann, damit dann so, also das Abwehrfeuer ausmachen, das ist das, was Orcs so krass gefehlt hat. Ja. Battlewagons, pfff, ich hab's die ganze Zeit versucht, die irgendwie geil zu machen. Ja, die waren okay. Sind okay halt. Ist eine Einheit, in manchen Matchups ziemlich geil, in manchen jetzt gar nicht, jetzt gegen die Knights ist es halt so, hm. Aber 4w6, Stärke 8. Ich weiß, es klingt geil, ja. Aber es ist halt immer... Die Frage ist halt, ob das nicht in Batmoons besser ist. In Batmoons auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich jetzt nicht halt. Also dieser Burner-Bomber auch jetzt gegen das Matchup. Eher so, mäh. Ja, aber... Ja, ja, ja. Aber eigentlich hat normalerweise auch nicht so... Ist einmal dein Wunsch für ein CP? Ja, das war auch halt... Ich glaube, ein CP wäre besser gewesen, hätte ich ihn behalten, um dann so einen Battlewagon eventuell chargen zu lassen, einen Shock Attackern zweimal schießen zu lassen. Ja. Das ist halt einfach... Wenn ich Orcs spiele, werde ich immer so gierig halt. Ja, weil man weiß, was die theoretisch machen können. Ja, ja. Orcs sind unheimlich mächtig. Ich finde auch das. Also mit Orcs kann man richtig spielen. Du musst irgendwie selbstdisziplinieren. Aber ich habe keinen Bock. Also ich finde 90 Grad schon auch schon... Geht's. Vielleicht muss ich sie einfach echt magnetisieren und sie einfach im Block immer hinstellen und so. Aber das ist mir irgendwie... Mir zur Anstrengung halt. Ja, aber das finde ich ja Nights gut, ne? Also im Endeffekt, dass halt gut Modelle stehen. Der neue EDI gehört, dass das Elitärer werden soll. Mal schauen. Ja, aber wenn das wird... Also ich bin mal gespannt, was kommt in der 9. Vielleicht werden Nights auch wieder gut spielbar, auch Mono spielbar. Aber ich mag sie Mono mehr als in der Suppe. Keine Ahnung. Ich habe die mit Impsuppe und Admech-Suppe gespielt. Die Klaassen sind besser damit, aber keine Ahnung. Ich mag diese ganzen Figuren nicht. Wenn ich Nights spiele, dann will ich einzelne Figuren haben, die auch was machen können. Ja. Ansonsten weiß ich nicht. Hat Spaß gemacht. Nächstes Mal andere Würfel und dann... Auf jeden Fall andere Würfel. Sehen wir uns wieder, ne? Genau, auf jeden Fall. Haut rein. Ciao, ciao.